Weiter geht's. Piazza Delfino, wieder mal. Wie immer. Und da vorne ist wieder ein neues Gebiet, zu dem wir hin können. Wir könnten auch den Stern dort oben nochmal reinigen, aber das machen wir alles erst später. Erstmal kümmern wir uns hier weiter drum. Lido Sirena, das Geheimnis der Hotel Lobby. Oh, Geheimnisse mag ich nicht. Ihr wisst, dass das nichts Gutes zu bedeuten hat. Gar nichts Gutes. Da habe ich schon wieder Angst vor. Na, mein Kleiner, alles gut bei dir. Warte mal, ich muss mal kurz gucken, was passiert, wenn ich... ...da oben das Wasser ausmache. Kommt bloß eine Münze. Okay, ne, eine Münze brauche ich nicht. Guten Tag. Hey, Mario, wenn ich mich nicht irre. Genau, Mario, hör zu. Ich habe das Gefühl, dass du mir erneut helfen kannst. Nun, das Hotel ist... ...es ist voller Geister. Vielleicht könntest du hereinkommen, bitte? Ich weiß, dass du ein Wunderheiler bist. Keine Bescheidenheit. Okay. Oh, Hallöchen, Geister. Sie irgendwie mit Wasser abzuspritzen, bringt nicht viel. Manchmal verschwinden sie, manchmal nicht. Es interessiert sie aber auch nicht. Okay. Jetzt ist die Frage, was wir mit diesen Geistern machen sollen. Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Wir haben hier eine Auswahl von Früchten. Das heißt, es hat irgendetwas mit Yoshi zu tun. Heißt, wir suchen jetzt den Yoshi. Aber die Frage ist, wo sich der Yoshi befindet. Und wie wir zu ihm hinkommen. Wir haben hier verschiedene Toiletten. Okay, wir gehen mal nach oben. Vielleicht haben wir dort irgendwo einen Yoshi. Ach, nach oben geht es so gar nicht. Dann gucken wir mal im Klo. Gut, vom Klo aus kommen wir auch nicht weiter. Alles andere ist auch zu. Das heißt, wir müssen ja irgendwie nach oben kommen. Solange kein Yoshi hier irgendwo in der Nähe ist. Okay, das wurde auch abgesperrt. Normalerweise konnte man so nach oben gelangen. Aber wahrscheinlich erst zu einer späteren Mission. Hat irgendjemand einen Yoshi gesehen? Du vielleicht. Oh, hilf mir. Ich kann dir nicht helfen. Es muss doch irgendwo ein kaputtes Klo geben, wo wir hoch können. Die sehen alle nicht so kaputt aus. Nee, hier ist noch alles in Ordnung. Jetzt ist die Frage, wie wir weitermachen können. Irgendwie kam man doch nach oben. Hast du eine Ahnung? Ich sah mir die seltsame Öffnung oben am Totenpfahl an. Und plötzlich sind dort Geister aufgetaucht. Das war gruselig. Ja, ich würde da auch gerne hoch. Muss ich euch denn besprenkeln? Ah ja, wenn ich euch besprenkele, dann geht das. Okay. So kommen wir schon mal nach oben. Jetzt sind wir schon mal hier. Das ist gut. Und wir haben verschiedene Türen, in die wir wahrscheinlich auch reingehen können. Nach unten kommen wir von hier aus nicht. Ja, dann müssen wir rein. Oh, abgeschlossen. Da kommen wir schon mal nicht hin. Natürlich nicht. Warum auch? Hier ist auch zu. Ich kann auf euch raufspringen. Ach so, na dann sagt er doch. So können wir zumindest schon mal einen Teil der Geister loswerden. Aber ich glaube nicht, dass es um die Geisterjagd geht. Es geht um irgendwas anderes. Gut, wir kommen nirgendwo rein. Dann müssen wir vielleicht versuchen, weiter nach oben zu kommen. So ist gut. Ach, guck mal. Da haben wir doch die Antwort. Ich hasse Geheimnisse. Nein. Warum tun die mir das an? Ich falle doch immer runter. Ich bin doch zu doof für sowas. Oh, ich hab vergessen. Ich hab gar keine Düse. Okay. Nach oben gekommen sind wir schon mal. Hopp. Dankeschön. Hopp. Dankeschön. Oh Gott, das war knapp. Komm mal rüber hier. Hopp. Dankeschön. Die können wir einfach so mit Gegenspringen kaputt machen. Okay. Das wollte ich eigentlich nicht, aber ist okay. Okay. Bis hierhin haben wir es geschafft. Weiter geht's. Hoppala. 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 Ich hab das Gefühl, es gibt hier keine extra Leben. Hoppala. Okay. Okay. Wir müssen eigentlich nur auf die andere Seite und müssen dafür nicht hier unten durch. Aber ich könnte es trotzdem machen. So käme ich hier hin. So käme ich hier hin. Hoppala. Hoppala. Okay. Wie war das? Wie war das? Ich sollte noch mal Leben sammeln vorher? Vor solchen Missionen? Das wäre nicht schlecht. Komm her, hier. So ist gut. Ach, geschafft. Aber zum Glück noch kein Game Over. Wie viele Leben habe ich denn noch? Kann mir das mal irgendjemand sagen? Letztes Leben. Okay. Das. Verdammt. Es gibt auch keine extra Leben? Das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht ist hier ein extra Leben bei. Vielleicht aber auch nicht. Nur eine Münze. Aber eine Münze brauche ich nicht. Ich brauche extra Leben. Okay. Das bringt mir offensichtlich auch nichts, die Dinger hier kaputt zu machen. Außer, dass ich vielleicht runterfallen könnte. Ja. Was hat das denn zu bedeuten? Warum führt da ein Weg lang? Oh, bitte. Da wird es wahrscheinlich rote Münzen geben. Denn es gibt auch noch rote Münzen in diesen Gefilden hier. Okay. Ganz ruhig. Schön in der Mitte bleiben. Sonst habe ich Probleme. Es ist so gut gelaufen, aber der Sprungknopf hat nicht funktioniert, weswegen der gute Mario natürlich einfach nur runtergelaufen ist, statt zu springen. Ja gut. War zu erwarten. Vielleicht sollte ich wirklich mal ein paar Leben sammeln. Es gibt ja das ein oder andere, was wir hier kollektivieren können. Einfach bloß, damit wir es in solchen Leveln nicht ganz so schwer haben. Kurznachrichten interessieren mich nicht. Überhaupt nicht. So, hier zum Beispiel. Das hole ich mir jetzt einfach mal. Gott. Das kann ich gebrauchen. Das ist gut. Das ist in Ordnung. Hier gibt es nichts. Keine blaue Münze oder so. Und ich möchte, bevor wir mit dem Hotel weiter fortfahren. Quatsch. Ich will erstmal mit dem Hotel weiter fortfahren. So rum. Bevor wir irgendwo anders hingehen. Das ist mir wichtig. Das wird zumindest noch das ein oder andere Meer haben. Und uns dann gegebenenfalls um die Gebiete kümmern, die wir sowieso schon freigeschaltet haben, aber nie mehr benutzt. Lido Sirena. Das Geheimnis der Hotellobby. Wieder einmal. Jetzt müssen wir wieder hinlaufen. Ist natürlich dumm gelaufen, aber gehört mit dazu. Und wir wissen jetzt, dass wir die Geister einfach so besprenkeln können. Wir brauchen keinen Yoshi. Es ist alles gut, aber ich habe gedacht, dass man, weil die so rosa waren, die vielleicht irgendwie mit Magensaft bespritzen muss. Scheint nicht der Fall zu sein. Nur mein Meister. Ja, ja, ja. Ja, genau so ist das. Weil ich dich lieb habe, kannst du auch rein und die Geister kaputt machen. Danke. Quatsch. Ja, das war zu weit. Kleiner Mario. So, bis hierhin sind wir gekommen. Die Geister machen wir mal weg, damit wir uns ganz in Ruhe hier durch die Gegend düsen und spritzen können. Danke schön. So, weiter geht's. So, ist gut. Perfekt. Und damit sind wir auch schon wieder dort, wo wir hinwollen. Guti. Diesmal schaffen wir es. Einfach bloß, weil wir gut sind. Mehr oder weniger. Dankeschön. Ich glaube, unter einem der Blöcke war auch noch irgendwie ein Extra-Leben drin. Bei einem der Blöcke. So, ist gut. Erstmal die ganzen Steine wegmachen hier. Jetzt können wir eine Ruhe hoch und weiter geht's. Zum Glück funktioniert die Steuerung. Bin ganz zufrieden. Ja, 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 ja. Geschafft. Sehr gut. Jetzt müssen wir bloß wieder rüberkommen. Über dieses Holzding hier. Du, 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 du. Und zack. Geschafft. Solange wir das schaffen, bin ich immer schon ganz glücklich. Ha! Siehste? Ich sag doch. Diesmal schaffen wir es. Speichern. 34 Sterne haben wir jetzt. Ah, Sterne. Ein Sieg nie in der Sonne. Oder scheint Sprites, Dingsbums, irgendwie was, Teile. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Guti. Das wäre geschafft. Jetzt kümmern wir uns um den großen Stern, der oben ist. Dafür brauchen wir diese Düse hier. Perfekt. So kommen wir wenigstens von einem Raum zum anderen. Und dieses Teil hier können wir ebenfalls nutzen, um wieder woanders hinzukommen. Aber ich mag das Level nicht. Ich kann mir schon denken, was es ist. So, ist gut. Hier können wir uns wieder aufpumpen. Ah, da ist der Stern. Den müssen wir treffen. Ich habe jetzt leider die andere Düse nicht dabei. Deswegen müssen wir es mit der machen. Ah, nein. Ach Mensch, ich war doch schon oben. Dann machen wir es anders. So, dann stellen wir uns nämlich hier vorne mit hin. Müsste auch funktionieren. Oder so. Dann werde ich versuchen, vom Wasser aus dort hochzuspringen. Jo, hat geklappt. Dann dürfen wir jetzt den Stern hier drehen. Und machen ihn dabei sauber. Juhu. Jetzt müssen wir bloß noch ganz oben rauf. Und die Röhre dort oben, die mag ich auch nicht. Da weiß ich, wo ich hinkomme. Sozusagen ein Himmelsland. Jetzt ist bloß die Frage, das andere, wo hat mich das hingeführt? Also das Teil führt mich irgendwie so an eine Lagune. Da vorne dieser Schein, den wir dort sehen. Und dieses Teil, diese Röhre, die führt uns irgendwo in den Himmel. Keine Ahnung, wohin genau. Wohin genau. 35 wunderbare Insignien der Sonne gehören uns. Speichern. Jetzt versuchen wir mal auf den Leuchtturm raufzukommen. Ich weiß nicht, was uns dort oben erwartet. Aber ich werde definitiv versuchen, das Ganze nochmal anzusteuern. Auf geht's. Und hopp. Ihr seht schon, die Steuerung, die geht so langsam in Fleisch und Blut über. Man musste so sich nur noch wieder ein bisschen reinfinden. Dann geht's einigermaßen. Wehe. Was ist das, Feuer? Was hat das zu bedeuten? Ah, okay. Das gibt einen weiteren, eine weitere Insignie der Sonne. Denn wenn man hoch genug springt und dann aufstampft, hat man Feuer unterm Hintern. Und dann geht's richtig ab. Dann kann man auch solche Blöcke kaputt machen. Dankeschön. Freut mich. Speichern und weiter. 36 Stück haben wir schon. Bald wird hier alles wieder hell sein. Die Sonne strahlt ja jetzt schon wieder wesentlich weiter als zuvor. Gott sei Dank. So, dann holen wir uns jetzt noch die blaue Münze, die vorne war. Und guck mal, was es sonst noch gibt, wenn wir dort auf dem Wasser unterwegs sind. Ui. Erstmal gehen wir da hin, weil ich nicht weiß, was das zu bedeuten hat. Hallo Püppi, was möchtest du denn? Hallo. Möchtest du gegen ein geringes Entgelt arbeiten? Ich möchte, dass du mir Obst bringst. Mich gelüstet ist nach Kokosnüssen. Bring mir drei Stück, einverstanden? Wirf das Obst hier in den Korb, okay? Ja gut, das scheint jetzt nicht die Schwierigkeit zu sein. Kann ich auch einfach reinspringen? Wie schmeiße ich das Ding denn? Ah ja, so. Einfach laufen, während ich B drücke. Ansonsten wackelt er nur einmal, das bringt mir nichts. Aber sag mir nicht, du hast jetzt so ein Scheindingsbums. Warum geht das denn jetzt schon wieder nicht? Über die. Meatball. Fürsdorf. Ich war's. Ich war's.